Alter! Ja, wahrscheinlich! Wahrscheinlich, Alter! Junge, das war's! Alter, Junge! Alter, du hättest 200 Leben gehabt, ey! Mit der viele weggeschränkt hat! Absolut, absolut krank, ey! Ich hab Fallschaden bekommen und die 70 Schaden, ey! Auf dem... Ah, da ist da noch ein Heli sogar! Yo! Was war das? Ja, der Schnee hat mich so ein bisschen irritiert. Ich dachte, wir wären schon weiter unten. Gehle, ey! Voll reingeschissen! Ey! Scheiße! Er ist auf dem Jump-Hit, könnten wir eigentlich... Verzweiflungsmove! Oh shit, gefahren! Ah! Ein-Hap-Hit! Ein-Hap-Hit! Nach rechts! Safe jetzt gleich von rechts! Jaja, ich hör'n schon! Aber Bicke! 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 Schade! Ey, wer da nicht gekommen will! Wer da nicht gekommen will! So, eine halbe Sekunde oder so! Ey, das musst du auf jeden Fall klippen, Nick, ey! Ein-Hap-Hit! Scheiße! Ich nehm, ich nehm' ein kurzes Med-Hit hier! Ja, schnell, schnell, schnell! Jemand kommt! Ja! Ich bin tot! Nimm das Jump-Hit! Nimm das Jump-Hit! Oh Mann! Ich hab doch da ein Jump-Hit gesetzt, Robbins! Wo denn? Da oben! Direkt! Ja, ich... Kann man mit, mit dem Jump-Hit? Das geht nicht, oder? Ich weiß nicht, ich probier's aus! Was?! Kann man? Was?! No way! Funktioniert das, Mann! Das ist ja an die OP, ey! Was?! Niemal! Scheiße! Ach du Scheiße! Ah, wie lustig, ey! Scheiße lächerlich, Alter! Alter! Was? Woher?! Was?! Controller-Player! Da ist der Controller-Player! Hä, ich war One-Shotter, oder? Das waren nicht mal zwei... Die haben wie einen Schuss getroffen! Die haben wie einen Schuss getroffen! Was?! Der hat mit zwei Schüssen weggelasert! Was?! Was?! Also das waren... Die haben gleichzeitig geschossen, wahrscheinlich. Oh, da müssen beide einen Headshot gegeben haben! So schnell war ich noch nie tot, Alter! Hier ist hinter der Steinwand! Ja! Hoffentlich verbissen die sich, Kai! Ich hab schnell einen weggeholt, Alter! Wie geil, ey! Wie geil, ey! 130! Oh, die haben sich eingebaut, Alter! Die hat die eigene Burg gebaut, ey! Der läuft weg! Ja! Das waren zwei! Oh! Als ob! No way! Der klappt dann gar nichts, Alter! Ist jetzt ein Jump-Head! Ah, okay, warte! Ich bin eingebaut! Ja! Der ist irgendwo bei mir! Ja, ja! Hier oben, guck mal! Boah! 200! Runter editiert! Du bist 200, Alter! Du bist dabei, Alter! Biggie! Minis! Du bist der Dummste! Nice! Ist der! Ich weiß! Der dummste! Der dummste! Der dummste! Ist der dummste! Du bist noch viel dummere als ich, Mann! Der ist echt der dummste! Ist der dummste! Das ist der dummste! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Geil! Aber ihr meint, der konsequent ist! Feier ich ja dann doch schon ein bisschen! Na ja! Ja, aber den liegt ausgerechnet! Oh, was? Nein, ich bin da rausgetappt. Oh, ich hab mich Asi erschrocken. Ich hab den schon die ganze Zeit gehört, deswegen meinte ich, dass du den hier Scheiße, ey. Ich hab voll rausgetappt, Alter. Ah ja. Alter, 200 Leben, ey. Nein, ich hab ihn zugemacht, aber ich bin selbst runtergefallen. Ist ja unten ins Wasser gesprungen. Nein, der hat hier einen Cone hingebaut. Alter. Ja. Ich hab keine Ahnung, wo die genau sind. Ich hol's schnell. Ich schmeiß die Bot-Kranaten hin und hol's. Die laufen alle zu uns. Die haben einen Bot gekillt. Geil. Killing die Bots, Alter, als Orbitum kann man sein, ey. Nice. Heldenaktion. Ha? IQ over 200 hier. Dann, Alter, 225. Das hat ein Aura-Skin, Alter. Wieder so ein kranger Schwitzer-Spasti. Oha, was war ne Spasti, Mann. Alter, gib mal her. Brauchst du dich weg ewig, Mann. Jau. Hehehe. 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 Häusengegner. Shit. Digga, was geht ab, Alter. Handgur? Hehehe. Häus-Ne-iin. Hehehe. Häus-Nein. Hehehe. 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 Oha, hast du nicht gemacht. Passier. Guck, was da liegt. Hehehe. Ja, wir warten. Ich ankomme gerade auf die. Ich kann sich auch unter einen Cone hocken, wenn die Heavy-Snapen so eine Scheiße machen. Weil viel zu wenigen leben, ey. Komm, jetzt. Mhm. Ja, die sind bei mir reingeschafft. Alter, die haben jemanden hackt. Die wollen nicht hacken, Alter. Zwei hab ich von denen. Zwei hab ich von denen. Nein, ich hab gerade geschossen. Ja, schade. Der Nick hätte sie beide gehabt. Ach so, ich sehe, wie die nicht hacken wollten. Und dann haben sie aber doch wieder geschwitzt, Alter. Der letzte dann, ne? Scheiße, das war so knapp. Ich war gerade drauf, Alter. Ich hätte den so gerne bekommen, ey. Fuck, das ärgert mich, Alter. Mhm. Unten läuft einer am Baum. Viel zu weit weg, ey. Dafür ist das Kroll zu groß. Du hast ja keinen Controller, ey. Ja. Die sollen am besten gegeneinander fighten. Ja, sollen du, ja. Das wär cool. Dann sind die ja schön raus aus der ganzen Nummer. Oh. Oh. Die sind hier unten. Wie sind die unten? Ja, vielleicht, wenn da ein Heavy-Snap drin ist, dann haben wir eh gewonnen. Oha, ihr habt tot. Absolute Schwitzer, Alter. Siehst du das, was der da macht? Ja, ich hab doch gesagt, dass es schwitzt. Voll krank. Weißt du, wie die den weggemacht haben? Die sind in die Kampagne gekommen. Haben den so gepusht, dass die immer auch meditiert haben dabei. Oha, Mann. Hat ich voll gelohnt. Ist tot. Loll, als ob ich einen gekillt hab damit. Mit dem Raketenwerfer-Schuss. Den ich 5 Stunden vorher abgeschossen hab. Na gut, wenn die fighten dann. Ich brauch irgendwann mehr noch. Oh nein. Alter. Scheiße. Ich wollte aussteigen. Wie steige ich denn aus dem Ding aus? 4-Eck. Ach, 4-Eck. Sorry, Alter. Ich glaube, ich hätte Damage bekommen, wenn ich nichts gebaut hätte, ey. Du hast voll weniger MP-Munition. Hast du was, Hacker? Ja, 300 hab ich. Ja, ein bisschen mehr ganz geil. Ja, ok. 23er-Hit. Der ist runter. 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 So schiss, dass mich einer snipet, ey. Wir haben so eine kranke Position hier oben. Die müssen halt hier hochkommen. Kommt einer Richtung. Die beiden. Alle untereinander. Junge, was ist da los? Das wäre so geil, ey. Noch einen nocked. Ja, der stirbt da jetzt. Junge, die müssen alle richtig beats sein, glaube ich. Oh! Oh mein Gott! Der hat mich doch gehillt total. Das ist der letzte, glaube ich. Letzte. Ne, ne. Doch, doch. Ich glaube schon. Wovon der ist? Der ist nocked da. Der darf mich nicht wieder überleben. Jawohl, nice. Letzte müsste es sein. Ja, letzter, letzter, letzter. Der war rechts an der Hütte. Der muss auf der anderen Seite sein. Ja, der muss irgendwo. Hier sitzt hier durch. Ja, da ist er. Ja, da ist er. Junge, wir gewinnen. Das hat echt noch nix. Junge, alles weggespray. Das war unverschämlich schon. Hast du noch Rockets? Lass den pushen. 3. 33. HIT! Geh lieber nicht in close fight, ne. Das ist zu riskant. Sackst du mir jetzt, Alter. Ich bin schon da. Ja heart. Der hat auch meditiert, geil. Oh mann, Alter, die größten Lappen haben das Game gewonnen. Der hat seine Puppe geschossen. Das Clip-It. Junge, wie haben wir das geholt, Alter, göttlich, mann. Geiles Ende. Junge, wie haben wir das gehört, Alter, göttlich, mann.